Hallo und jetzt kommt zu einer weiteren Folge LF15 auf dem Map Holzhausen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, wir sind stehen geblieben mit Ansehen eigentlich. So, ist das so die Frage, oder? Weiss ich nicht. Hier. Uh, jetzt kommt das Drive Control Cup. What? Okay. Was ist das Ding? Das ging, sag ich so. Das war ja wirklich ein Wunder. Wir haben ihn schon fertig angesehen, glaube ich. Was ist das? Das ist gar nicht so gut. So. So, ähm, auf jeden Fall haben wir, glaube ich, jetzt fertig angesehen, nach meinem Wissen. Ähm, fällt 17 Bados, ja, fertig angesehen. Dann müssen wir schauen, Wachstum ist irgendetwas grün. Nee. Fällt 22 könnte man ansehen, da wäre die Sache, ähm, ob wir echt nicht... Sicher mal mit dem hier sehen. Mit dem schönen Deutz. So. So. Klar, wir hatten ja noch eine Sämaschine irgendwo hier hinten. Das ist doch keine Sämaschine. Müssen wir doch mal noch schauen. Ähm, mit dem Maschinen, wie sieht's denn dort aus? Eine Sämaschine. Das ist keine Sämaschine. Okay, wir haben nicht da mal eine, okay. Dann müssen wir das noch kaufen. Ähm, eine Sämaschine. Das ist die Frage. So. Dann holen wir die schnell ab. Ja, jetzt kommt natürlich noch ein anderes Projekt. Eben, ähm, Thüringen-Oberdorf 1988. Ich finde das Ganze eine nette Map. Ähm, die wird jetzt alles gut ankommen. Ähm, Holzhausen auch. Und im Dienstag, Holzhausen, Mittwoch wäre dann halt wieder Thüringen. So ist denn das. Jetzt kommt bei mir grad noch so eine Warnung rein. So, jetzt. Ach, blödes Auto. Das blöde Auto. So. So ist das. So ist der ganze Weg. Wann, wann komme ich leider nicht raus? Da müssen wir eigentlich nicht beachten hier. Es ist einfach so riesig, das Teil. Äh, wieso läuft das auf 120? Oh lol. Soll ich auf 120 laufen? Ach, wegen dem Ansehen bestimmt. Jetzt muss ich noch ein Shake ausgeben. So, bis jetzt noch ein Fall. 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 Oh lol, uh. Geht das überhaupt hier durch? Scroll hier. Ach, warum macht man sowas, wenn nicht mal das geht? Ja, geil. Wieso haben die Büschen-Kollision? Ey, jetzt komme ich nicht mehr raus. Ich muss das zurücksetzen. Ich könnte... Leute, wir müssen es wieder abholen. Ich bin jetzt einfach auf einem anderen Weg, glaube ich. Es ist aber auch eine Kacke hier. Ich mache das ganz einfach. Traktor. So, jetzt schlagen wir hier ein. Gut. Ah, ist sogar am Hof gut. Ist gut, so. Sind ja doch noch am Hof gelangt. Das ist sehr netzlich und hilfreich, vor allem auch. So. Ich glaube, hier hinten durch soll es gehen. Ich glaube, direkt dieses Feld hier. So. So, aber hier ist auch mit dem Baum, wie ich das mache. Den Teil lasse ich weg hier. Ist nicht so gut, dass ich die Gerotte gemacht habe. So, Kartoffeln. Vielleicht noch auffüllen. Ach, dann machen wir das noch schnell. Ist der... Ist der gerade hier direkt um die Ecke? Vergiss das immer mit dem auffüllen. Das gibt's nicht. Vergiss das Auffüllen jedes Mal. Das wird nur mit dem, कringen in die shower. Ich habe einfach mit dem, quarteren des Mal. So. Stop. Hä? Leute. Aber etwas... War... War jetzt nicht feinerer Woche oder vor zwei Tagen hier noch der Dünger. Also der satt. Wow. Ja. Das hat sich geändert. Wir kaufen das Zeh. Wir müssen es kaufen. Das hat sich doch geändert. Das ist gemein. Äh. So. Wow. Das ist krass. Lol. Das hat sich das noch geändert hat. Wow. Es gibt Kartoffeln. Dann... ... 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 müssen oder so wir sehen Kartoffeln 7.8 km 8.8 km 8.8 km 9.8 km So. Oh, das gibt viel zum Wahnsinn hier. Dabei ist das so negross, empfand es verbraucht auch mega viel. Oh, das ist krass, wie viel das verbraucht. Gut, klar, im Gesamten verbraucht es wenig für die Kartoffeln, aber trotzdem irgendwo tue ich auch viel. Oh, lol, jetzt ist der Baum im Weg. Ich baule mich mal ein Faschen. Okay, doch, das fehlt hier auch. Ja, das ist schittig, bevor wir uns das fehlt. Ja, geht hier gar nicht an, das man muss. Na ja. So. Da. 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 Da, chartein garasen. Da, da, da. Da, da, da. Tschüss! Jetzt muss ich mal schnell schauen. Doch hier wurde was getan, denn die Schranken sind nicht mehr... Doch, 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 doch. Hier wurde was getan. Das ist die B. Vorschau, B. Ah. Loll. Hm. Super Vorschau. Und wie komme ich jetzt wieder ran? Trotzdem hat es noch ein paar Bugs drin, aber... Okay. Loll. Okay. Gut. Ah, ja. Oh. Leute. Ihr seid... Der KI ist auch so etwas. Alice und KI. Bitte hört auf mit dem. Kommt der verrückte. Alter. Ey. Die Autos. Wenn Alice den KI nicht besser macht, flippe ich aus. Jetzt muss ich wieder zurücksetzen, was... Der KI mich blockiert. Und der ich blockiere den KI. Der KI. Der KI. Der KI. Der KI. Irgendwie weil mir jetzt nicht weiter fahren Sie. Und irgendwann schon. Aber naja. Egal. In diesem Sinne. In diesem Sinne meine Freundin möchte mich verabschieden. Wenn es euch gefallen hat mit dieser Folge, dann lass den Daumen nach oben da, schreib es in den Kommentaren. auch nicht vergessen. Bis bald. Tschüss.